Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der RE-MAX News im heurigen Jahr. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Sommer und sind gut in den Herbst gestartet. Legen wir los mit unserem ersten Thema. Sie sind in aller Munde, die verschärften Kreditvergaberichtlinien. Unter diesen leiden in erster Linie junge Paare und Jungfamilien. Die merklichen Auswirkungen auf den Immobilienmarkt zeigen sich in den aktuellen Verbücherungszahlen. Besonders die bei Familien beliebten Doppel- und Reinhäuser sind betroffen. Damit nicht genug, bedeutet diese Entwicklung auch Milliardenfolgen im Baugewerbe und in der Fertighausindustrie. Von den Baunebengewerben ganz zu schweigen. Das Ziel sollte aber sein, dass sich Jungfamilien während ihrer Erwerbstätigkeit Eigentum schaffen können. Jetzt mehr dazu. Eines ist gewiss. Professionelle Beratung bei einer Immobilienvermittlung wird aktuell wieder noch wichtiger. Nach dem Allzeithoch an Verbücherungen im Jahr 2021 folgte im ersten Halbjahr 2022 ein leichter Rückgang und heuer im ersten Halbjahr eine spürbare Reduktion um minus 16.000 Objekte. Die Immobilienverkäufe liegen um fast ein Viertel unter dem Vorjahr. Auch beim Transaktionswert ist der Rückgang sichtbar. Von 21,73 Milliarden Euro ist der Verkaufswert auf 16,58 Milliarden Euro im ersten Halbjahr gesunken. Während im ersten Halbjahr 2022 noch Corona-Krise, Ukraine-Krise, Energiekrise und steigende Inflationswerte eine Trendwende vermuten ließen, haben die starken und raschen Zinserhöhungen ab der zweiten Jahreshälfte 2022 sowie die Verschärfungen im Bereich der Hypothekar-Kreditfinanzierungen ab September 2022 den Markt tatsächlich bedeutend getroffen. Aus Kundensicht hat sich in den vergangenen Monaten viel geändert. Der Immobilienmarkt hat sich vom Verkäufer zum Käufermarkt gewandelt. Das heißt, wo es früher viel Nachfrage für eine Immobilie gab und Liegenschaften häufig rasch zu guten Preisen verkauft wurden, sind es heute oftmals deutlich weniger Käufer, die sich für ein spürbar größeres Objektangebot interessieren. Die Auswahl wird also größer und die Vermarktungsdauer steigt. Somit wird es für Laien immer schwieriger, eine Immobilie bestmöglich zu vermarkten. Nutzen Sie das aktuelle Angebot von Remax. Mehr dazu gibt es jetzt. Sollten Sie aktuell daran denken, eine Immobilie zu verkaufen, dann sprechen Sie besonders jetzt mit einem Experten. Wertschätzung und gute Beratung ist gerade in Zeiten wie diesen sehr wichtig. Dazu bietet Remax, die Nummer 1 in der Immobilienvermittlung, aktuell österreichweit die Möglichkeit einer kostenlosen Marktwerteinschätzung an. Sie erhalten dabei mündlich eine kostenlose und realistische Marktwerteinschätzung und können sich auch unverbindlich über die Möglichkeiten einer Vermarktung Ihrer Immobilie beraten lassen. Das Angebot gilt für Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen und Baugrundstücke bis ca. 1500 Quadratmeter bis 30. November 2023 bei allen teilnehmenden Remax Büros in Österreich. Mehr dazu auf remax.at. Remax will wachsen und zwar um einiges. Ziel ist es in den nächsten Jahren von 116 auf 150 Bürostandorte in Österreich aufzustocken. Dementsprechend wächst auch der Bedarf an Mitarbeitern. Sowohl für neue Franchisenehmer als auch für Immobilienmakler und Office-Mitarbeiter bietet sich dadurch in verschiedenen Regionen in ganz Österreich die Chance neu durchzustarten. Jetzt mehr dazu. Um verstärkt auf die Chance aufmerksam zu machen, läuft in den sozialen Medien aktuell eine Recruiting-Kampagne, die unter dem Titel Quer geht mehr Interessenten mit unterschiedlichem Background anspricht. Die mitzubringenden Anforderungen und Erfahrungen sind natürlich je nach Position unterschiedlich. Eines haben jedoch alle Jobs bei Remax gemeinsam. An erster Stelle steht die Kundenorientierung. Ob Bürobetreiber, Makler oder Office-Mitarbeiter, der Kunde steht bei Remax immer im Mittelpunkt. Remax möchte den österreichischen Immobilienmarkt verändern. Noch mehr Effizienz bei Immobilientransaktionen wurde beispielsweise durch das Remax-Kundenportal gemeinsam mit PropUp geschaffen. Ab sofort können Interessenten an eine Immobilie ein digitales Miet- und Kaufangebot über das Remax-Kundenportal abgeben und dieses digital ortsunabhängig aufrufen und digital signieren. Sie möchten die Power der Nummer 1 und die digitalen Möglichkeiten nutzen? Jetzt quer einsteigen oder neu durchstarten bei Remax. Mehr dazu unter remax.at. Das waren sie, die neuesten Informationen über den heimischen Immobilienmarkt in der aktuellen Ausgabe der Remax News. Schön, dass Sie dabei waren. Ich freue mich, Sie bei der nächsten Ausgabe wieder begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute, schönen Herbst und auf Wiedersehen.